Und eins muss man Frau Merkel ja lassen. Beim ganzen Thema Flüchtlinge in der EU ist sie inzwischen aber voll im Stoff. Ich habe mir jetzt mal eine Landkarte farblich machen lassen, in der der Schengen-Raum sozusagen eine Farbe hat und dann die Nachbarländer eine andere Farbe. Und dann sehen Sie, dass Europa gesegnet ist mit vielen Nachbarn. Es beginnt mit Grönland, hinter Island und Norwegen. Naja, es ist spannend. Es ist so spannend! Es ist so spannend, was kommt hinter Island? Aber ich meine, schön zu wissen, dass Sie da im Kanzleramt sitzt und sich Landkartenbund anmalen lässt. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt, denn ich sage mal so, Erdkunde ist ja offensichtlich nicht so Ihres. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Russland, kommen so viele her? Sie ist halt nicht so oft in diesem Berlin, ne? Du hast es nicht so oft in diesem Berlin. Was ist auch nicht so oft in dieser Zeit? Er hat sich in diesem Berlin. Aber natürlich ist es hier. Was ist das?